ein kontinuierlicher strom an potenziellen neukunden wenn du it dienstleister experte oder berater ist ja das ist meine spezialität ich helfe it-experten dienstleistern und beratern genau bei dieser sache denn es ist nämlich gar nicht so einfach je nachdem was in was du experte bist was deine dienstleistung ist oder dein produkt in der it welt ist nämlich gar nicht so einfach hier einen kontinuierlichen automatisier möglichst auch noch automatisiert einen kontinuierlichen strom von potenziellen neukunden zu erzeugen warum weil sich deine zielgruppe nicht unbedingt auf plattformen wie facebook herumtummelt sondern auch eher auf xing und linkedin aber selbst da einige davon nicht wir reden hier von zum beispiel it leitern die nicht mal irgendwie ein xing profil haben und so weiter und da musst du dann eben wohl ein bisschen ausholen dir was einfallen lassen bisschen innovativ und kreativ werden beziehungsweise mit jemand zusammenarbeiten wie zum beispiel mir der halt schon gewisse zielgruppen besitzt hat oder jemanden kennt der diesen eben hat den du gerade benötigst und dort eben auch jahrzehntelange erfahrungen hatten dem ganzen das heißt hier verknüpfen wir new school mit old school also online moderne online marketing maßnahmen mit offline marketing maßnahmen und wenn dich das interessiert dann ja dann schauen wir mal bei mir vorbei auf kleinmarketing.com klein-marketing.com und buch einfach mal eine kostenlose strategie session oder schau mal akademie vorbei dort gibt es sehr sehr viele wertvolle tipps und anleitungen wie du durchstarten kannst als it-dienstleister experte und oder berater das war es soweit für mich zu diesem video und dann freue ich mich wenn wir uns auf der anderen seite wiedersehen gibt dem video einen darmen hoch oder ein herzchen oder was auch immer und dann abonnieren den kanal noch dann sehen wir uns beim nächsten video happy hunting dein thomas klein